Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du reingeklickt hast hier zum M5 Mutmach-Mittwoch mit Matze. 20 Grad draußen. Hey Leute, ich habe echt Respekt vor euch, dass ihr euch so an die Ausgangsbeschränkungen haltet und zu Hause bleibt. Richtig gut, dass wir gemeinsam uns dieser Krise stellen und dafür sorgen, dass wir sie um die Füße bekommen. Cool, dass du mitmachst und dich dran hältst. Ich bete zu Beginn. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass wir in schwierigen Zeiten und in guten Zeiten mit dir rechnen können und auf dich hoffen dürfen. Danke, dass du alles im Griff hast und möchte jetzt auch bitten für die Zeit, dass du uns begegnest in deinem Wort und in dem, was ich sagen darf. Danke, dass wir über dich reden können in so viel Freiheit. Amen. An die Ausgangsbeschränkungen halten und mithelfen, die Krise unter die Füße zu bekommen, das ist auch so ein bisschen das Stichwort und auch der Anfang, worum es heute so ein bisschen geht in meiner Andacht. In der dritten Session von M5 soll es darum gehen, wie wir mit unserer Regierung umgehen. Die meisten halten sich echt gut dran an die Ausgangsbeschränkungen, an die Regeln, die uns gerade auferlegt sind, an die Freiheitsbegrenzung und ich finde es echt cool, dass ihr da mitmacht. Ich habe euch schon erzählt, dass ich gerade dabei bin, das Neue Testament durchzulesen und da bin ich gerade jetzt durch die Briefe durch und habe wieder echt Erstaunliches gelernt und an einem Brief bin ich jetzt wieder hängen geblieben, wo ich mit euch auch heute wieder einsteigen will und euch mit reinnehmen will in einen Teil des Briefes. Deutschland betet gemeinsam. Ich weiß noch, ob du es mitbekommen hast, heute war eine große Aktion, wo viele Christen in Deutschland gemeinsam gebetet haben. Knapp 60.000 Menschen haben sich zwischenzeitlich in den Livestream eingeklinkt und haben mitgebetet. Mitgebetet, dass diese Krise ein Ende nimmt. Gebetet, dass unsere Regierung neue Kraft bekommt und mit Weisheit gut entscheiden kann. Und genau da setzt der Text für heute ein und ich lese ihn aus 1. Timotheus 2, Vers 16. Nee, 1. Timotheus 2, 1-6. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Dank für alle Menschen einzutreten. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt nur einen Vermittler zwischen Gott und dem Menschen. Den, der selbst ein Mensch geworden ist. Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Soweit mal der Text. Das Wichtigste, so schreibt Paulus an die Antimuthius, wozu er uns auffordert und damals aufgefordert hat, ist beten. Es ist unsere Aufgabe, in Bitten und Flehen und in Dank für Menschen einzutreten. Und insbesondere schreibt Paulus hier für die Leute, die in der Regierung sitzen, für Menschen, die in Führungspositionen sind und Verantwortung tragen. Hey, und das ist gerade jetzt so wichtig. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich in Deutschland leben darf. Dass wir gerade in dieser Krise von Leuten regiert werden, die besonnen, weise und vorausschauend planen, handeln und Gesetze anordnen. Ich bin dankbar für Angela Merkel. Manchmal war sie vielleicht zurückhaltend, manche haben sich darüber geärgert. Aber gerade in solchen Zeiten, wie wertvoll, dass wir eine Frau haben, die da echt mutig führt und weise und besonnen ist und uns damit hinein nimmt als Bürger. Als kleiner Tipp, ich empfehle den Videopodcast von ihr und der Bundesregierung. Wir stehen es ja auch hier in der Beschreibung von dem Video. Vor allem das vom 3.4. finde ich echt eine coole Ansprache. Du musst dir mal anschauen, wie Angela Merkel da zu uns spricht und uns damit hinein nimmt in die Entscheidungen. Herr, das ist meine erste Aufgabe für dich heute. Ich lade dich ein, ganz bewusst für die Menschen in der Regierung, die Verantwortung tragen, zu beten. Es ist gar nicht so einfach, gerade durch diese Krise durchzuregieren und gute Entscheidungen zu treffen. Ich will dich bitten, mitzubeten und da einfach auch im Gebet dran zu denken. Das andere, was noch dazu gehört, ist der andere, die in dem Text geht es darum, dass die ganze Welt erkennen soll, dass jeder erkennen soll, was die Wahrheit ist, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es gibt nämlich nur einen Gott und der ist Mittler zwischen Menschen und Gott, Jesus ist das, der selbst Mensch wurde, so heißt es in diesem Text. Jesus ist Mensch geworden und hat sein Leben als Lösegeld gegeben, damit Gott den Beweis erbracht, der schon lange vorausgesagt wurde. Jesus gibt sein Leben. Daran denken wir jetzt gerade in dieser Woche besonders, in der Karwoche, dass Jesus ans Kreuz steigt, qualvoll, irgendwie vielleicht auch eklig und brutal und da stirbt. Daran denken wir gerade und darauf setzen wir unsere Hoffnung als Christen. Und Jesus tut es, damit wir leben können. Jesus gibt sich ganz hin am Kreuz, damit wir in unserer Beziehung zueinander, in unserer Beziehung zu uns und in Beziehung zu Gott wieder ganz werden können. Und das ist mein zweiter Aufruf an dich, meine zweite Bitte an dich. Ganz besonders in dieser Woche will ich dich bitten, für Menschen zu beten, die diesen Jesus noch nicht kennen. Vielleicht in deinem Umkreis, in deinem Freundeskreis. Kumpels, mit denen du abhängst, die vielleicht mal einen dummen Spruch machen oder die Mädels aus seiner Klicke, die nicht so verstehen, woran du da eigentlich glaubst. Ich will dich ermutigen, für Menschen zu beten. Dass wir gerade jetzt in dieser Zeit, in dieser Zeit, wo weltliche Dinge irgendwie nicht mehr so ganz stabil sind, erfahren, dass dieser Gott stabil ist. Hey, und ich lade dich ein, die Leute hinzulegen und Gott zu bringen und Jesus zu sagen, Jesus, hey, sprich die doch mal an, du kannst es irgendwie. Und ich bete, dass du mutig bist, da auch auf Leute zuzugehen. Dass du mutig bist, zu bekennen, deinen Freunden zu erzählen, wer dieser Gott ist. Wer dieser Jesus ist, der an Ostern stirbt und an Ostersonntag wieder aufersteht. Ich lade dich ein, für Menschen zu beten. In unserer Regierung als erstes, für Menschen, die Verantwortung tragen und als zweites für Menschen in deiner Umgebung. Sei mutig, bekenn dich und zeig, was für eine Hoffnung in dir drinsteckt. Ich wünsche dir schöne Ostertage, die mit Sicherheit anders werden als gedacht und als die letzten Jahre. Und trotzdem können sie, glaube ich, gut werden, wenn wir uns auf das einlassen, was an Ostern geschieht. Ich wünsche dir, dass du erlebst, dass dieses Kreuz Freiheit bringt und Freiheit, auch darüber zu sprechen und anderen davon zu erzählen. Und ich wünsche dir, dass du angesteckt wirst von dieser Hoffnung, die von Ostern ausgeht. Sei gesegnet. Bleib zu Hause. Halt Abstand. Bleib gesund. Frohe Ostern. Gott mit dir. Ciao.